Ich lasse mir gerade meine Geburtstagsnägel machen und wie man sieht, bin ich nicht gerade happy. Denn ich bin hier in einer ganz komischen Situation gelandet. Ich habe das Gefühl, sie will mich abzocken. Ich habe ihr am Anfang ein Bild von den Nägeln gezeigt, wie ich sie haben will. Ich meinte, ich will die Steine drauf und ich will's friend schnell und eigentlich auch die ähnliche Länge. Und sie meinte zu mir, okay, ja, das kostet 50 Euro. Und ich fand das schon teuer, aber ich dachte mir, okay, es sind Steine drauf, wahrscheinlich kostet es einfach ein bisschen mehr. Während sie dann die Nägel gemacht hat, hat sie immer wieder gesagt, ah nee, es kostet doch 70, ah nee, es kostet doch 80. Und jetzt muss ich einfach 80 Euro dafür zahlen. Ich finde sie zwar schön, aber mir ist das viel zu viel Geld.